Lernprozesse lassen sich nicht nur gestalten, indem sich lernende Videos anschauen, es ist ebenfalls möglich, Lernprozesse um die Erstellung eines Lehrvideos herum aufzubauen. Hierbei ist das Ziel, dass die Lernenden selber Lehrvideos erstellen. Das Erstellen eines Lehrvideos ist hierbei eine interessante Alternative zu Vorträgen, Postern oder schriftlichen Arbeiten. Als erstes müssen sich die Lernenden die Informationen zusammentragen, die für das Video wichtig sind. Als nächstes erstellt man idealerweise einen Zeitplan. Wann habe ich die Zeit, die Materialien vorzubereiten, ein paar Probeaufnahmen zu machen, das Video zu erstellen, etwaige Nachbearbeitungen durchzuführen und wann soll das Video eigentlich fertig sein? Als nächstes stellt sich die Frage, was ist das Ziel des Videos und wer ist die Zielgruppe? Sollen die Zuschauerinnen beispielsweise für ein bestimmtes Thema sensibilisiert werden? Soll ein bestimmtes Problem gezeigt und gelöst werden? Sollen bestimmte Arbeitsweisen oder Arbeitsschritte gezeigt werden? Wenn diese Fragen beantwortet sind, stellt sich die Frage nach dem Videotyp. Dies muss je nach technischer Ausstattung entweder vom Lehrenden vorgegeben werden oder die Lernenden haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie und womit sie das Video gestalten möchten. Hier bieten sich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten an. Relativ einfach in der Umsetzung sind Legevideos, Screencasts oder Stop-Motion-Videos. Sollten die Lernenden zum ersten Mal Videos erstellen, sollte der Lehrende eine Gestaltungsmethode vorgeben und diese mit den Lernenden durchsprechen. Nachdem die Ziele des Videos klar sind und die Gestaltungsmethode ausgewählt wurde, kann ein Skript erstellt werden. Das Skript – oder auch Drehbuch genannt – besteht aus einer Tabelle mit zwei Spalten. In der linken Spalte steht der Text, der später im Video zu hören sein wird. In der rechten Spalte wird notiert, was jeweils in dem Moment im Video zu sehen sein soll. Nach der Fertigstellung des Skripts bietet es sich an, erstmal auszuprobieren und zu testen bzw. zu üben, ob das soweit funktioniert, was man im Skript notiert hat. Hier zeigt sich, ob noch Veränderungen am Skript vorgenommen werden müssen und ob noch Material benötigt wird. Bei Videos ist es wie bei vielen anderen Dingen auch, je mehr Zeit und Aufwand man in die Produktion steckt, umso höher kann die Qualität werden. Man kann aber auch genauso die Frage stellen, wie kann ich den Aufwand reduzieren, um an einer bestimmten Zeit zu einem angemessenen bzw. für mich ausreichenden Ergebnis zu kommen. Gerade für Lernende, die dies zum ersten Mal machen, ist es wichtig, den technischen Aufwand gering zu halten, um die Lernenden nicht zu überfordern. Hierfür eignet sich das One-Take-Prinzip. Bei einem One-Take versucht man, das gesamte Video ohne Schnitte und ohne Nachbearbeitung in einer Aufnahme zu erstellen. In der Regel sollte die Aufnahme mehrmals geübt und dann mehrere Male aufgenommen werden, so dass am Ende die beste Aufnahme ausgesucht werden kann. Beispielsweise eignen sich Screencasts und Legevideos für das One-Take-Prinzip. Das One-Take-Prinzip bietet ebenfalls die Möglichkeit, gleiche Voraussetzungen für alle zu ermöglichen. Das heißt, Lernenden, die bereits Erfahrungen mit dem Erstellen von Videos haben, haben hierbei keinen besonderen Vorteil. Der Fokus soll insgesamt nicht nur auf der Qualität des Videos liegen, sondern vielmehr auf der kreativen Darstellung der Inhalte. Am Ende werden Videos präsentiert. Die Lernenden geben sich gegenseitig Feedback und reflektieren den Erstellungsprozess. Was lief gut? Was würde man beim nächsten Mal anders machen? Wo sieht man bei sich selbst Entwicklungspotenzial? Oder auch, womit möchte man sich in der Zukunft näher beschäftigen? Es bietet sich an, ebenfalls die Arbeitsschritte bzw. den Erstellungsprozess schriftlich in einem Lerntagebuch oder einem Lernportfolio zu dokumentieren und in diesem Zusammenhang auch die Reflektion schriftlich festzuhalten.